Und damit herzlich willkommen liebe Clasher bei mir, dem Thorsten Akatuto beim Clan 2 Warriors. Ja, unser King soll auf seine letzte Reise gehen und wir brauchen noch so ein bisschen was an Ressourcen für ihn. Es ist nicht mehr viel, aber es ist noch eine ganz ganz kleine Ecke und die kleine Ecke glaube ich, können wir hier unten eben mal mitnehmen. Dann lenken wir hier eben mal die Devs so ein bisschen ab von den Kobolden, dann können die sich das Gold und Elex eben wechseln. So, ich habe jetzt in den letzten Tagen wirklich nur auf Schmalspur rumgefarmt hier 39 da fehlt ja noch ein Lager. Das war schon kurze schnelle Farmkämpfe und mit knapp 27 an dunklen. Der Rest ist auch okay. Wir brauchen 180.000 für unseren King auf Level 40 und trotzdem würde ich sagen, jetzt habe ich natürlich eine richtig heftige Truppe dabei. Ja, das ist egal. Die verbraten wir jetzt eben mal und dann haben wir ein bisschen mehr Dunkles und der King kann noch mal richtig ausschlafen, nämlich indem er jetzt noch mal richtig Terz macht hier in den Bases. Mal gucken. So, schauen wir mal, wie das so geht. Ich habe heute übrigens die Webcam wieder eingebaut in Vorbereitung für den Stream, der voraussichtlich am 3.05. kommt. Denn so plane ich das so ein bisschen. Der wird auch nicht tagsüber laufen, sondern ich werde das abends machen. Denke so wieder halb 8, 8 ist wieder eine gute Zeit für mich, mit dem Stream anzufangen und das Ganze bereite ich so ein bisschen vor. Ich habe mal ein bisschen jetzt in mein Overlay so eingebaut und den hier könnten wir eigentlich mitnehmen. Der hat so ein bisschen was an Ressourcen für uns. Die Bohrer sind jetzt natürlich weit weg. Das ist aber egal. Wir machen das mal. So, gucken wir mal, dass hier schon so ein paar von den Jungs hier reinlaufen können. Dass wir wenigstens noch ein bisschen Gold kriegen auch. Das sieht ganz gut aus. Dann schicken wir einmal einen hier. 2 Mauerbrecher reichen. 2 Mauerbrecher reichen. Das Lager hier möchte ich nur haben. Und das Lager hier hinten an der Stelle auch. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Ja. Und hier oben auch noch. Jeweils mit zwei Riesen rein. Der Minenwerfer sollte mal gerade geschossen haben da. So, dann haben wir das Lager da oben. Das Lager hier nehmen wir einmal eben mal so mit. Das müsste eigentlich reichen, weil das eben schon angeschlagen war. Ja, und jetzt können wir eigentlich mit dem gesamten Rest hier mal rüberkommen. Mal sehen. Ich setze jetzt auch mal meine Clan Buch und alles. Gucken wir mal. King, Queen auch mit reingesetzt. Die Magier mal hier hinterher. Und jetzt sollten die eigentlich hier in die Base reinspringen. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, wo ist noch das. Ach, da hinten ist das Goldlager. Okay, das ist mir jetzt auch egal. Komm, dann springt die hier nochmal rüber. Ah, springt keiner mehr rüber. Okay, ich springt keiner mehr rüber. Ah, doch, 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 da stimmt noch was. Ah, okay. Komm, Rathaus. Ja, gut. Wunderbar. Aber ich musste mich eben mal leicht konzentrieren. Mal gucken, wie weit der King hier noch durchgeht. Ja, okay. Hier unten ist leider das Lager. Ich denke mal, das ist jetzt leider für meine Queen unerreichbar. Aber vielleicht erreicht ja meine Queen hier nochmal das dunkle Lager da. Komm, mach den Bogenschützenton noch weg. Jawohl. Gut. Dann kriegen wir das dunkle Lager noch. Damit haben wir dann nochmal. Ah, das ist auf Null. Wunderbar. Ja, dann brauchen wir die auch nicht ganz verheizen. Ja, schnelle Runde. Okay. Super gemacht. Und damit soll erfüllt. Ich hätte auch so ein bisschen jetzt noch was in meiner Treasury gehabt. Aber ich denke mal, wir schicken den King jetzt auf seine letzte Reise. Also sieben Tage, 180.000. Eigentlich wollte ich es geben. Ich habe mir so ein paar Meinungen angehört und ich nehme genau die Mitte. Also der eine hat ja gesagt, geben das. Und der andere hat gesagt, lass mal schlafen. Ich denke, ich entscheide das, wenn wir uns im Freitags-CK befinden und wir dort und ich dort, je nachdem, wie ich den King brauche, dass ich den dann dort einsetze. Zum jetzigen CK will ich gar nicht viel sagen. Ich kann euch ein paar schöne Angriffe zeigen. Leider nur vom Gegner. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber der Gegner war schon, also ich hatte das schon so ein bisschen befürchtet. Der Gegner war sehr stark, auch wenn er im unteren Bereich, nämlich hier unten, ja nur 8er hatte. Das habt ihr im vorherigen Clash of Clans Video gesehen. Nein, aber wir gucken uns das Ganze mal an, wie der Gegner überhaupt oben vor allen Dingen angegriffen hat. Und hier gab es reichlich 3er auf unsere 10er und auch teilweise auch auf unsere 11er. Und das hat uns leider so wehgetan, dass wir das einfach nicht mehr aufgeholt haben. Ich habe auch, ich habe mistig angegriffen. Ich kann mal eben reingehen. Erster Kampf war grauenhaft. Zweite war dann mal auf den R11. Habe ich ja noch nie angegriffen. Das hätte ich vielleicht auch mal üben sollen. Aber die Dev hier war schon noch so ein bisschen auf 9er Niveau. Und deswegen hatte ich eigentlich an der Stelle gedacht, ich schaffe das ein bisschen besser. Komme eigentlich auch ganz gut rein. Ich wollte hier unten mit ein oder zwei Walküren das Lager wegmachen. Und auch das Armeelager, damit die Queen im oberen Bereich bleibt. Das ist mir glaube ich auch ganz gut gelungen. Und ich komme auch mit meiner Queen eigentlich ganz gut hier in die Base rein. Die läuft noch gar keine Gefahr jetzt. Mache jetzt gleich mit ein paar Mauernbrechern hier schon mal die Mauern auf. Ja, nicht ganz geschafft. Aber die Queen braucht dann nur ein, zwei Mal reinschießen. Und dann war ich eigentlich in der Base. War bis dahin alles noch gut. Jetzt kriegt ihr aber doch schon von drei, vier Sachen hier Beschuss. Jetzt habe ich sie gezündet. Warum auch immer. Ich hätte sie vielleicht nur etwas eher ragen sollen. Das habe ich ein bisschen zu spät getan. Und somit hatte ich jetzt eigentlich meine beste Waffe hier schon verfeuert. Jetzt komme ich von oben, über das Labor mit meinen restlichen Truppen rein. Und habe gedacht, dass meine Mauerbrecher alle verrecken. Ja, aber wenn ich jetzt nochmal reingucke. Die Mauer war auf. Da setze ich dann meinen Sprung. Da habe ich auch nur so gemacht. Ah, ja, ja. Der Sprung. Ja, okay. Ist er jetzt halt da. Ja, und der Fries ist jetzt gleich am Ende. Also ich habe mir eigentlich noch ein bisschen was aufgespart gehabt. Nämlich die Walküren hier. Weil jetzt konnten die Truppen nicht mehr anders gehen. Und da sollte eigentlich der Sprung sitzen. Das war wirklich ein bisschen doof von mir. Ich habe jetzt damit auch nicht gerechnet, dass die Riesen da so stark durch die Mauern gehen. Und jetzt der Fries ist wieder episch. Ja. Die Clanburg gefriest. Wunderbar. Thorsten, der war so richtig für den Arsch. Das müssen wir üben. Das müssen wir üben. Ich meine Wut ein Stern ist geworden. Und ich weiß jetzt auch, ja, der King geht gut durch. Die beiden Inferno standen auf Single. Standen auf Multi. Deswegen hauen die gar nicht so stark zu. Aber der King quält sich natürlich dahinten durch die Mauer. Und ja, der Angriff war... Also ich fand, für mich war der Angriff scheiße. Aber ich weiß, dass es geht. Und dass auch sicherlich ein bisschen mehr geht. Im RH 9 Bereich haben wir nichts anbrennen lassen. Wir haben es einfach wieder versäumt, dass wir mit unseren Zehnern hier die Zehner zumachen. Muss man ganz klar sagen. Aber unsere Elfer mussten halt oben ran. Denn oben waren auch teilweise nur ein Stern auf die Basis hier. Und deswegen mussten unsere Elfer hier im oberen Bereich auch noch ein bisschen was tun. Bei uns müssen die Zehner, die hohen Zehner, ich gehöre unter Umständen auch mit dazu. Einfach Elfer mit zwei Sterne belegen. Und so oder so wie der Hocke das eigentlich hier macht mit dem Zehner. Nämlich drei Stern auf so einen Zehner hier. Andere haben letztendlich nicht schwächere Helden oder einen schwächeren Warden. Teilweise sogar noch stärker. Und bei gleichen Truppen, muss ich dazu sagen. Und trotzdem schaffen wir es dann manchmal nicht, hier drei Sterne rauszuholen aus solchen Basis. Warum auch immer. Das liegt ja in jeder Hand selber. Auch in meiner Hand lagen ja meine Angriffe. Und ich war vor allen Dingen bei dem Elfer Angriff oder bei dem Angriff auf die Elf. Ich wusste, dass ich die Elfer Base machen musste. War ich auch ultra nervös, muss ich sagen. Und auch wenn die Dev ja noch R hat, teilweise R-H9 Niveau war, ist da doch irgendwo so ein Borden, der einen so ein bisschen abschreckt. Und auch der Adler schreckt dann so ein bisschen ab. Und die tiefstehenden Helden. Aber ich denke mal, meine Zauber ein bisschen besser gesetzt. Und die Truppen noch ein bisschen anständiger gesetzt, vielleicht ein bisschen gewartet. Dann wären das zwei Sterne geworden. Ist nun mal nicht so gewesen. Wie gesagt, hier im oberen Bereich. Da haben wir uns echt wirklich schwer getan. Im R-H9 Bereich eigentlich umso weniger. Ich muss mal eben schauen, was der Elope hier gemacht hat. Ja, die Neuner waren ja relativ hoch. Aber die Elfer hier und auch die Neuner, Zehner waren gut organisiert vom Gegner. Also waren ein schöner CK. Und der Gegner war erwartend stark. Also von daher geht auch eine Niederlage vollkommen in Ordnung. Und was ich eigentlich gut fand, muss ich sagen, was ich nicht erwartet habe, die Achter im unteren Bereich. Ich muss mal eben was schauen. Ja, das sieht noch gut aus. Ab und zu stürzt mein Aufnahmeprogramm ab. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Und das wäre natürlich hinderlich im Stream. Ich weiß zwar mittlerweile, wie ich das ganz, ganz schnell wieder fixen kann. Aber trotzdem würde mich das total ankotzen. Wenn genau im Stream die Software abstürzen würde. Und deswegen lasse ich die jetzt stundenlang hier laufen teilweise. Um zu gucken, woran kann es zicken. Lass so einen Debugger mitlaufen. Um zu gucken, an welcher Adresse hat es unter Umständen gehakt. Das kann man dann rausrechnen. Ob das Sound war, Grafik war oder Programmfehler war. Und deswegen lasse ich im Moment, wie gesagt, stundenlang hier mein Aufnahmeprogramm einfach mitlaufen. Wenn ich hier Clash of Clans spiele. Oder auch Clash Royale am PC. Ist zwar selten, aber ich mache es einfach ein bisschen, um das Aufnahmeprogramm so ein bisschen zu stressen. Und ja, wo bin ich eigentlich hängen geblieben bei Clash of Clans? Was ich gut fand, dass die R8 nicht irgendwo doofe Angriffe gemacht haben. Auf unsere Hohn, um da irgendwelche Clanbogen zu locken oder so. Das hatte der Gegner, muss ich an der Stelle sagen, auch überhaupt nicht nötig. Das wäre vom Gegner unnötig gewesen. Und das haben die nicht gemacht. Also wirklich ein fairer, sportlicher Gegner hier gewesen aus dem Iran. Und ja, war eine Erfahrung für uns, eine richtig schöne Klatsche mal wieder zu kriegen. Gehört halt auch dazu. Naja, was willst du machen? Nächster CK jetzt erst am Freitag und ich gucke mal, ob ich oder wie ich dort am Wochenende überhaupt hier mit meinen Helden was mache. Im Moment habe ich ja jetzt ganz, ganz wenig Gold, ganz, ganz wenig Dunkles. Und acht Tage läuft mein Labor auch noch. Also ich kann erst mal fahren ohne Ende. Habe jetzt noch einen freien Bob, das ist mein Mauernbob. Einen Tag, drei Stunden geht die nächste Kanone. Und ich denke mal, ich werde in den einen Tag, drei Stunden auch das notwendige Gold wieder zusammen haben. Das, was ich eigentlich machen kann. Ich kann, das mache ich auch. Dafür läuft das Labor ja noch so lange. Ne, leider noch nicht die. Sondern, das wäre jetzt auch doof gewesen. Die machen wir. Ja, eine Mauer mehr. Und dann geht das Stück hier um den, um den Minenwerfer. Auch auf die ganz goldenen Mauern hier oder die ganz lava gefüllten Mauern, je nachdem wie man es nimmt. Und dann denke ich mal, ist das erst mal gewesen. Ich bin so ein bisschen matt noch. Man sieht das auch. Ich habe noch Bürokleitung an. Bin also auch spät von der Arbeit gekommen. Nehme jetzt noch gerade auf, weil das passt mir jetzt noch gerade nach dem CK hier. Wenn euch das Video mit mir gefallen hat, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meine Reise nach Rathaus 11, ja, so ein bisschen, kann man ja schon mal ein bisschen vorspinnen, weiter beobachten wollt, dann bleibt ihr an meinem Kanal dran. Und ich verbleibe, euer Toto, Clash. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.